Meine Damen und Herren, willkommen hier zu einem neuen Demo-Test. Wir spielen heute Omega Crafter. Wir haben einen Zugang bekommen und schauen uns mal das Spiel an, ne? Wir erstellen uns mal erstmal einen Charakter. Maudakiro und den Buddy, den Baddy. Hallo, ich bin Shannon, der Projektmanager. Haben sie erfolgreich in die Welt von Omega eingetreten? Dexter sind wirklich nicht on point. Holen sie sich zunächst in Materialien, um eine Stadt aus den Transportkapseln zu erschaffen. Okay, was braucht ihr denn? Betragungspot. Ich hole das Erdsymbol, Holz und Holz. Eins, eins Eber. Ich weiß, ob ich schlau. Oh, unser Buddy. Los, knall ihn ab mit Pfeilen am Bogen. Oh, er hat ein Messer. Hast du gut gemacht. Wie gesagt, das ist auch eine Closed Beta. Das heißt, alles, was ihr hier seht, ist alles noch ein Teil der Entwicklung. Das heißt, Bugs und ähnliches. Müsst ihr natürlich berücksichtigen. So wie Übersetzungsfehler. Den Ort nehmen wir. Stadtsymbol. Ich möchte gerne den dann hinsetzen. Hier, so. Wir haben unsere erste Stadt. Oh. Watashi. Boah. Wir haben jetzt eine Stadt, Grummy. Grummy. Hallo. Okay, Bro. Ich brauche eine Werkbank. Ah, das ist meine Werkbank. Okay, dieser kleine Buddy, der ist einfach so mein kleiner Buddy, der mitkommt, mich unterstützt und mich beschützt und mein Popo streichelt. Wenn ich dann irgendwie meinen Arsch rund habe und zum Weinen bin. Ey, Junge, bring mir das Klopapier. Okay, Mann. Okay. Da ist Lobel, ja. Okay, Lobel, ja, jagen. Kommen wir zum interessanten Teil. Das heißt, ich kann die Typen hier alle programmieren. Wenn ich jetzt sage, wenn ein Playbutton ist gedrückt, dann soll er sagen, hallo, Takeru ist der coolste. Zack. So. Dann machen wir es anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, als Beispiel, ich würde jetzt hier einen Wait reinpacken. Ne? Als Beispiel. Wir machen da dann einen Loop raus. Das heißt, wir packen das da rein. Und das heißt, alle 10 Sekunden wird er jetzt sagen, Takeru ist der coolste. Das heißt, er soll, wenn ich auf Play drücke, in der Schleife permanent machen, Holz suchen, Steine suchen. Wenn er nichts findet, dann soll er einen Baum angreifen, bis er kaputt geht. Und wenn er was findet, soll er es zu mir bringen. Und das soll er jetzt permanent machen. Der sammelt jetzt hier für mich. Okay, den Stein hat jetzt nicht mehr. Ah, das ist ein Baum sammelt. Das ist für mich wahrscheinlich eine Standardprogrammierung, die ich hier drin haben werde. Dass er einfach alles kaputt machen soll, was ich habe. Meine Damen und Herren, das war es auch noch mit dem Video. Wenn ihr mehr zu diesem Spiel sehen wollt, schaut euch das gerne an. Wie gesagt, das Spiel ist noch der Closed Beta. Das heißt, dementsprechend kommt der Content noch, Übersetzung kommt noch und alles umdran. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da oder ein Like da oder was auch immer. Und ein Abo. Und bis zum nächsten Mal, ich bin raus. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.